Kirchenväter, Zitate, Part 4. Heute im Video geht es um den heiligen Ebrahim, den Syrer. Er ist in der orthodoxen Kirche ein wichtiger Heiliger und wurde in der katholischen Kirche als Kirchenlehrer erklärt. Ephraim, der Syrer, war ein bedeutender frühchristlicher Dichter, Theologe und Gelehrter im 4. Jahrhundert. Er lebte im Gebiet des heutigen Syrien und prägte die theologische Entwicklung der orthodoxen Kirche. Kommen wir nun zum Zitat. Niemand ist wirklich arm, außer dem, dem die Wahrheit fehlt. Checkt unser Instagram ab für mehr Infos zu unserem Shop und teilt das Video. Gottes Segen